So, und unsere nächste Poste, das ist der Boxkeller von Arnold Cercai. Ja, und jetzt warten beide schon hier, Angelo Gallina und der neue Europameister Arnold Cercai an unserem Heimspieldisch. Schön dürfen wir hier sein, im Keller des Boxclub Basel. Der Titel, der Gurt, ist natürlich auch hier, der liegt hier vorne. Arnold Cercai, wie viel spüren Sie den Kampf eigentlich noch? Äh, eigentlich nicht jetzt. Jetzt ist es am Erntag. Ich habe jetzt nicht so grosse Muskelschmerzen, aber gestern schon. Ja, ich fühle mich eigentlich wieder fit. Ich habe auf der linken Seite einen Cut, aber das geht auch schnell vorbei. Und ja, aber trotz allem fühle ich mich wohl. Und wie sieht es bei Ihnen aus, Angelo Gallina? Ja, ich bin jetzt erst am Auftauen. Wir haben eine brutale Abzleistung hinterlegt. Das war auch nicht nur sein Kampf, der ja der Höhepunkt war, der ganze Auf- und Abbau. Das geht jetzt natürlich weiter, die Nachbearbeitung. Und wir sind langsam auch am realisieren, was eigentlich da passiert ist am Wochenende. Ja, es war ein harter Kampf, der 26. Profikampf von Arnold Cercai. Und es ist bis zur 9. Runde gegangen, wo es wieder so weit gewesen ist. Der Gegner ist auf den Brettern gelegen. Die Jockeli Hallen am durchdrehen. Der Arnold Cercai am Feiern. Der Gegner trat nach dem Rezovic aus Bosnien immer noch bewusst los. Die Füste der Cobra sind schnell gewesen und zu hart für ihn. Wie schon für 25 Boxer vor ihm. Die Bilanz vom 29-jährigen Bratler, damit weiterhin markenlos und nach drei Schweizermeister-Tikel, kommt jetzt den ersten Europäischen dazu. Es ist immer geil. Es ist ein geiles Gefühl. Durch die harte Arbeit, die ich gemacht habe. Es hat gelangt jetzt. Und ich möchte mich bedanken für die Zuschauer, für alle Sponsoren, die mitgemacht haben. Und mich so eine tolle Atmosphäre gemacht haben. Wie soll ich sagen? Ich bin glücklich. Wie noch nie. Es war ein harten Kampf. Schmerzhaft auch. Und der, der gesagt hat, es sei Fallobst. Er hat jetzt gesehen, was Fallobst ist. Es war ein brutaler Kampf. Zehn Tage vorher im Keller des Boxclub Basel. Intensives Einwärmen für eine Simulation vom bevorstehenden 12-Runden-Kampf. Für das hat der Angelo Gallina drei Sparingpartner aus Europa eingeflogen. Während die sich im Ring abwechseln können, muss der Arnold Cercay durchboxen. Und trotzdem muss sich der 105 Kilometer zurückhalten. Wir sind hier wirklich nicht, um gegenseitig zu kaputt zu schlagen. Aber das ist im Schwergewicht. Wenn man ein bisschen nicht aufpasst, dann ja, das ist ein Schlag bis zum Ende zu bringen. Zum Beispiel eben so. Sieg durch KO sind seine Spezialität. Von 25 Kämpfen hat er 19 auf die Art gewonnen. Und das erwarten sie auch diesmal. Seine Fans in der Joggenhalle. Unter denen auch die Marta Cercay. Seit dem Sommer ist sie mit dem Schwergewichtler verheiratet und ausgerechnet jetzt zum ersten Mal an einem Boxkampf von ihrem Mann. Der steht vor seinem vorläufigen Karriere-Höhepunkt. Ein Kampf um einen EM-Titel. Es ist zwar nicht der grosse EM-Titel, sondern nur der für nicht EU-Bürger. Trotzdem hat er auch seine Bedeutung, sagt der Überwacher der Europäischen Boxunion, der den Titel vergibt. Das ist ein recht wichtiger Titel. Er schliesst doch die Länder ein, die nicht der EU angehören. Wie zum Beispiel Russland, die Ukraine. Das sind sehr boxstarke Nationen. Also diesen Titel zu gewinnen, das gilt etwas. Auch der Gegner von Manuel Cercay will diesen Titel und kommt als ungeschlagener Boxer auf Basel. In der dritten Runde wird es für Adnan Rezovic aber das erste Mal bremzlig. Und er wird angezählt. Von diesem Fast-Kaos erholt er sich auch durch grenzwertige Mittel, wie der Zahnschul zu rausspucken und damit die Zeit gewinnen. Schon die achte Runde. So lange hat der Einheimisch zuletzt vor dreieinhalb Jahren gebraucht. Und so viele Schläge musste er auch schon lange wegstecken. Dann Runde 9. Die Cobra-Form entscheidender Biss. Der erste internationale Titel ist im Sack und der Gegner steht zum Glück auch wieder. An den finalen K.o.-Schlag erinnert er sich aber nicht mehr. Der erste Schlag ist an den Hinterkopf. Der zweite weiss ich nicht mehr genau. Aber ich glaube auch eher an den Hinterkopf. Und das gehört sich eigentlich nicht dem Profiboxen. Währenddessen fiert der neue Europameister mit seiner Frau im Ring. Ich war sehr nervös. Ich war nie so nervös. Ich weiss nicht, wie habe ich es erlebt. Das erste Mal und das erste Mal verharrt worden ist. Also wo jetzt ich gerade Angst habe. Da kann man sich ab und zu an ihre denken. Eine Phase, wo noch wenig Zeit für Frau und Familie hatte, geht damit gesendet. Sein ersten Gürtel und der Sprung nach vorne in der Weltrangliste. Dürfte einem Arnold Cercai jetzt aber noch mehr Arbeit bescheren. Noch mehr Arbeit und zwar in Form von Anfragen von höher dotierten Boxern. Das ist die grosse Hoffnung von diesen beiden hier. Angela und Alina sind schon Anfragen eintroffen seit dem Samstag. Seit dem Samstag noch nicht. Wir hatten ja schon eine Woche oder zwei Wochen vorher. Und wir machen Schritt für Schritt. Das war jetzt mal der erste Zwischenschritt in kleinen Titeln. Und wir haben Anfragen auch von anderen grösseren Verbänden, Titelkämpfen. Aber das muss man alles sehr sorgfältig anschauen. Schließlich geht es auch um einen Karriereaufbau. Es geht um die Finanzen. Und es geht um eine gute Planung. Machen wir kurz ein bisschen Pressenschauen. Immerhin auf zwei Titelseiten. Von den beiden regionalen Zeitungen sind sie aufgetaucht. Ist das schon mal vorgekommen? Doch. Aber so gerade auf der ersten Seite war es noch nicht speziell. Aber gerade heute am Morgen, als ich aufgestanden bin, in die Post geschaut habe, habe ich gerade mein Bild gesehen. Und das ist etwas Tolles. Und ja, das macht man auf. Ich will gerade lesen, was da drauf steht. Und ja, es ist etwas emotionales. Bats und BZ schreiben vor einem nächsten Schritt in Richtung grosse Ziel von Ihnen. WM-Kampf. Was haben Sie das Gefühl? Wie nah ist der WM-Kampf schon? Ja, ich habe immer gesagt, Schritt für Schritt. Wir werden vielleicht noch den Titel verteidigen. Und dann werden wir sich entscheiden, wer kommt. Aber wer der nächste Gegner, wissen wir noch nicht, wer ist. Aber ja, ich werde nachher die nächste Woche wieder trainieren und mich vorbereiten. Vielleicht weiss der Angelo Gallino schon mehr. Wir machen Schritt für Schritt weiter. Ich glaube, der nächste Schritt ist mal die Stabilisierung und die Orientierung nach Führen. Und das ist ja wie beim Tennis nicht anders. Man muss ja auch nicht vom Nummer 1000 schon von Wimbledon-Finale reden, sondern da muss man sukzessive aufbauen. Und da sind wir auch dran und es geht weiter. Also ich glaube, wir sind noch am Planen, ob wir noch einen Kampf machen in diesem Jahr noch. Und dann sind wir offen für weitere Sachen. Jetzt gibt es ja Leute, die in einem Online-Foren schreiben, nach ihrem Kampf geschrieben haben, dass der Titel nichts wert sei. Was sagen Sie denen? Also ich persönlich, ich habe den Gegner ernst genommen. Ich habe den Titel ernst genommen. Und so wie wir alle gesehen haben, also wir haben beide, und er wollte um dich gewinnen. Und ja, also das ist ein grosser Schritt für mich. Und ich schätze den Gurt und allgemein, es ist ein grosser Schritt für mich. Und ja, es geht einfach weiter nach Führen bis zum Weltmeister. Ja, im Gegensatz zu Ihnen habe ich ganz andere Wahrnehmungen gehabt. Wir sind überschüttet worden von Tausenden, Abendtausenden von Glückwünsche auch. Und von guten Anmerkern. Und klar gibt es immer ein paar Einzelte, die im Hinterstall irgendetwas reklamieren. Aber ich glaube, der Fokus ist für mich, für die, die sich freuen, die auch die Anerkennung haben. Es ist ein Titel für Basel. Es war die beste Werbung für das Boxen und auf hohem Niveau. Sie sind ja jetzt in der Weltrangliste auch wieder führergerutscht. 13 Plätze habe ich gesehen, bei der inoffiziellen Rangliste Boxregg führerkommen. Was bedeutet das in puncto Renommee, Prestige, Sponsoren und so weiter? Ja, durch das jetzt der Titel kam und so, es ist schon für mich alles allgemein interessanter geworden. Und ja, auch als Sponsor jetzt sind ermerksam geworden. Und ja, in den nächsten Kampf und so werden wir schauen, dass der Gegner am Mittelpunkt vielleicht auch nach vorne ist, dass ich auch nach vorne komme und langsam, langsam hochkomme. Falls es noch einen Kampf gibt dieses Jahr, wer wäre Ihr Wunschgegner? Oh, jetzt für den Gegner kann ich nicht etwas sagen. Also, ich habe gesagt, für ganz oben würde ich, also mir wünsche ich wäre schon der Klitschgegner, aber jetzt ist nicht der Klitschgegner, sondern ich will einen anderen Gegner, aber jetzt müssen wir halt dich und er schauen und ja, der Verband, wer entscheidet, gegen wer muss ich boxen, dann werden wir sonst schauen, wer. Besten Dank, Angelo Gallina, einmal Tschärtscheid, viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Vielen Dank. Vielen Dank.